Vor genau drei Monaten hat Innenminister Kickel in einem Machtrausch ein Propagandaschild hier aufhängen lassen, auf dem Ausreisezentrum steht. Das ist allerdings nicht korrekt, daher bin ich damals sofort mit Freunden hergefahren. Wir haben das Schild mit dem korrekten Schild, nämlich Erstaufnahmestelle, überklebt. Das wurde dann leider gleich wieder heruntergerissen. Inzwischen hat sich die Situation verändert. Der Herr Innenminister wurde vor wenigen Tagen zack, zack, zack abgesetzt. Und seit gestern gibt es einen neuen Innenminister. Und diesen neuen Innenminister möchte ich unterstützen und hier wieder ein korrektes Schild anbringen, nämlich ein Erstaufnahmestellen-Schild, weil ich Propaganda nicht gut finde, weil ich falsche Informationen nicht gut finde, weil ich auch nicht gut finde, wenn man Menschen, die hierher kommen, Angst macht. Und ja, das ist das Wort mit kurz korrekter Schild. Und ich hoffe, dem neuen Innenminister damit ein bisschen geholfen zu haben, weil für Österreich ist es besser und vor allem für die Menschen in Österreich ist es besser, wenn es keine Propaganda gibt und auch keine Menschenverantwortlichkeit. Dankeschön.